Wenn Sie ein Haus kaufen, gibt es drei wichtige Sachen. Die Lage, die Lage, die Lage. Das kennt jeder. Und im Management, wenn Sie eine Innovation durchdrücken, gibt es drei wichtige Dinge, der das macht, der das macht, der das macht. Diese ganze Forschungsförderung, was immer es gibt, alle Stiftungen dieser Welt, alle fördern Themen. Immer nur Themen und Gelder und dieses ganze Drumherum. Aber sie fördern nicht Menschen. Und die reine Lehre in der Innovation sagt, es kommt Herzblut, Herzblut, Herzblut. Also einer, der es richtig macht. Und hinterher bewundern wir diese ganzen Leute, die das geschafft haben. Also die SAP-Gründer, Chira Hopp und Plattner. Dann Steve Jobs wird wie ein Gott verehrt. Es gibt einen Samsung-Gründer, so ein einzelner Mensch da oben, Bill Gates und so weiter. Sie kennen doch die ganzen Leute. Und das sind die Leute, die ganz hartnäckig mit Herzblut drangeblieben sind. Richtig drangeblieben. Und die hätten auch irgendwas anderes vorhin gekriegt. Steve Jobs hätte auch eine andere Firma gründen können. Bill Gates hat ja dann auch seine Bildergalerien daneben dran oder so. Haben ja auch noch andere Firmen gegründet. Oder Andresen von AOL. Der ist ja überall drin. Bei Twitter, Google, bei den ganzen Erstemissionen. Und da gibt es halt Genies. Und man fördert nicht Genies, sondern immer nur Themen. Also man stellt sich so vor, man gibt so ein Thema vor, Digital Learning oder weiß ich was, Internet für Industrie 4.0, gibt man so einen Rahmen vor. Ein Minister sagt, er findet das gut, machen wir ein paar Feiern, gucken drei Leuchtturmprojekte an, machen dann ein Förderschema. Und dann kommen plötzlich Ideen raus. Das ist nicht so, sondern das Wirkliche kommt von Leuten wie Daimler, Alexander Graham, Bell, Edison und so, die wir alle verehren. Und warum sucht man nicht die Leute? Also als Talent-Scout. Man macht doch auch so Fußball nicht. Ich sage doch nicht, ich mache Leute, die sollen sich anmelden in Schulen, kriegen schon mal Pre-Seed-Funding oder so und dann habe ich da Tonnen voll Leute und die müssen dann auf Torwände schießen. Sondern da mache ich doch einen Talent-Scout. Da ist es ganz eindeutig so, dass man nicht das Thema sucht, sondern Leute, die Talent haben. Und die müsste man unternehmerisch ausbilden. Die brauchen auch gar nicht so viel Geld, sondern die brauchen einfach richtig Ausbildung. Und man muss ihnen Mut machen. Viele, viele von denen, die können das zwar, aber haben noch nie nachgedacht, ob sie das könnten. Ich habe ein paar Weckrufe bekommen in meinem Leben. Also hier, wo wir jetzt in München von Rainer Janssen, der ist jetzt hier auch von der Münchner Rück, da gab es mal so Leute, die haben gesagt, ich traue dir das zu. Also man sitzt so normalerweise am Schreibtisch und dann kommt einer und sagt, pass mal auf, mach doch mal was. Und dann sage ich, ja, darf ich das hier? Und er hat damals gesagt, wir warten darauf, bitteschön. Wir haben euch nicht eingestellt, dass ihr am Schreibtisch setzt. Wir haben, es ist ein Wissenschaftszentrum und wir wollen, dass ihr was Großartiges macht. Und je größer, desto besser. Und da habe ich gesagt, und ihr haut mir nicht den Kopf ein, oder wenn das zu größten Wahnsinnig ist. Nein, er hat gesagt, komm doch her. Und meinem Sohn ist genau dasselbe passiert. Sie hatten ein Diplom-Arbeitsthema bekommen, da haben sie gesagt, das ist jetzt ein bisschen schwierig und das machst du jetzt. Und dann sagt er, warum ich gerade? Und dann haben wir gesagt, dir trauen wir das zu. Und dann kommt er nach Hause, trauen Sie mir das zu? Ich sage, ja, ich traue dir das auch zu. Habe mir in den Arm genommen. Papa, das wird schwer. Ich sage, das macht nichts, wir trauen dir das alles zu. Und jetzt machst du. Und dann sagt er, ja gut, dann mach das. Und dann merkt man so richtig, wie ein Mensch so eine halbe bis ganze Stufe wächst. Und darüber muss man sich Gedanken machen, auch den Leuten mal was zutrauen. Das ist ein ganz generelles Bildungsträma.